3, 3, tolala. Der Sound ist zwar gerade nicht so berauschend, weil hier das Nachbarfeld beackert wird. Bei mir wird auch der Wein geerntet. Aber ja, dafür ist der Himmel mal wieder berauschend. In negativer Form quasi. Ich mach einfach mal den Rundschwenk hier. Es ist gleichmäßig weiß. Mit einem frischen... Naja, frisch. Der steht schon jetzt. 15 Minuten oder so. Wir werden ihn auf der Timelapse bewundern können. Ja, das ist ja auch erstmal wieder genug. Schönen guten Morgen, sag ich nur. Schöner 1. Oktober. Mal gucken, wie wir den Dritten denn feiern. Huuuuhuuhu. Hahaha. Meine Fresse. Ist das alles trauriger. Eigentlich solltet ihr am Dritten gleich mal richtig feiern gehen. Äh, ihr solltet eigentlich alle am Dritten mal ordentlich feiern. Mein Vorschlag. Ist ne jute Idee, die kam mir gerade. PS und in Klammern. Das war überhaupt nicht meine Idee. Utajiva hat mir wieder eingeflüstert. Völlig klar. Wer sonst? Peace. In diesem Sinne. Um Bum Shiva.